Achso, es ist ein Dämon. Oh ja, so gut. Aua, au! Der hat dir den Kopf aufgerissen. Ach, tatsächlich! So, und dann soll es jetzt weitergehen. Und jetzt versuche ich mal, in den letzten Folgen, oder in der letzten Zeit des Streams, so kommt doch an, wo es, wie Split und so ein Völlefanz. Mit meiner Maus. Genau. Da hat der Tosio gespielt und der hat sich ganz gut geschlagen. Das ist aber erkältet, mit Kopfschmerz. Genau, so, aber ich spiele jetzt mit Tosios Maus und mal gucken, eventuell mache ich dann die Maus-Sensibilität im Spiel. So, Partie finden, aber ich möchte auch wieder Team Deathmatch. Und so geil, wie seht ihr so aus hier? Ist das nicht ein geiler Schlingel, ja? Guck mal, sogar Taschen dabei und so. Mhm, mhm. Gut, aber mit mir will wieder keiner spielen. Ist immer so. Das, das violett-grüne, ne? Das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich irgendein Monster angekotzt oder so. Hat's auch. Doktor, Krieger und Cheater. Kirk ist auch dabei. Waffenset sehr gut, das kann ich ja alles so lassen. Ich kenne die Steuerung gar nicht mehr. Muss ich mal. Oh Gott, was soll ich von euch nehmen? Ich trau mich nicht. Aber ich finde mein Helm geil. Wie sieht ein Kirk aus? Hat ein Taucherhelm auf. Mhm, mhm. Team Deathmatch. Töte gegnerische Spieler, um zu gewinnen. Gegner mit wenig Gesundheit. Leuchten auf. Ah, sie leuchten sogar auf. Dann machst du ein Glory Kill, wenn du da einen Nahkampf machst. Mhm. Was steht denn beim Streamtitel? Team. Was steht denn noch, dass du Battlefront spielst? Was? Ich hab das doch geändert vorhin. Ja, hier unten steht so auch. Habe ich nicht drauf geachtet. Schweinerei, da stand aktualisiert. Ah, hier, ja, genau. Ja, jetzt sehe ich es auch. Das ist doch scheiße. Kein Wunder, aber vorhin... Ja, siehste. Ach so. Also ich spiele das erste Mal Multiplayer, ne? Weil in der letzten Zeit hat mein Kollege Tussio gespielt. Ach, scheiße, ich muss ja hier... Jetzt bin ich aufgeregt. Ich nehme auch mal deine Waffen, weil ja... Er ist der Kill. So. Tja, jetzt viel mehr Zuschauer haben können. Da ist ein Böser! Töte. Nimm da, du Schorke! Aua, das sind überall! Ach so, hinter... Scheiße! Hinter mir auch! Verdammte Scheiße, dann sollte ich den Stream vielleicht doch nochmal gleich beenden und einen neuen Stream machen. Aber wir wollen das sowieso gleich feiern, oder? Ja, wir wollten ja auch ein oder zwei Runden. Ähm, was muss ich jetzt drücken? Respawn, Leertaste. Also in den letzten Folgen hat immer Tussio und wir spielen natürlich nur Team Deathmatch. Aber ich finde, die Maus ist gerade... Also bei dir war die noch sensibler? Wie kann man denn damit... Ich hatte aber auch nicht mehr die Konzeption. Man konnte sehen, dass ich extrem viel mehr da... Maus rumrumpf hatte. Nein! 41 hat er noch! Scheiße! Ja, aber noch 30 Schild. Ach so, scheiße. Verspende es dir deine Granate, du. Wo ist denn hier? Wie aktiviere ich denn? Ach, das ist ein Einzelschuss, wenn ich es so mache hier. Ach so. Krasser Scheiß. Guck mal, können die Dinger explodieren? Vielleicht macht die auch mehr Schaden. Ich muss mal ausprobieren. Du bist gerade beschossen. Mach Granate, Granate. Ja! Schade, schade. Ja, dafür muss man hier die Ritter sein. Wir reden jetzt mal hier... Weil in der Open Beta hat gesagt, man muss hier eigentlich nur mit Shotgun rumlaufen. Also mit der Super-Schrotflinte. Und den Rest macht man im Nacken. Ja, jetzt hat es die Ritter. Alter. Und noch einen. Oh! Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, noch einen Hit hätte ich. Den zweiten habe ich nicht getroffen. Ist der Ton sehr schlecht, weil wir haben hier nur ein Tischmikrofon, damit man uns beide hören kann. Ja, das wäre gut zu wissen. Aber sollten wir irgendwann nochmal uns gemeinsam zusammensetzen und das spielen, dann... Scheiben wir auch den richtigen... AAAAAAAA! Pass auf! Ich gehe auf die Ecke raus. Ja, habe ich doch versucht. Red nicht so mit mir! Nein. War schon fast tot. Krass. Scheiße, habe ich nicht getroffen. So, ein Treffer ist gelandet. Und wie viel Energie habe ich ihn abgezogen? Scheiben aber nicht dabei, wie viel du abgezogen hast. Also gar keine, ist ein Cheater. Oh, jetzt. 15. 16. Alter, Blitzdings! Ja, ich bin richtig schlecht. Also wenn er so nah ist, würde ich aber nicht mehr an den Zoom gehen. Ja, ja, das ist es ja. Ich muss mich hier extrem immer reinfuchsen, weil ich bin ein Spätdenker. Ich reile das immer nie. Oder ich reagiere immer zu spät. Ich treffe zu spät die richtigen Entscheidungen. Oder allgemein treffe ich so gut wie nie die richtigen Entscheidungen. Kann ich hier campen? Ich versuche nicht zu campen. Ich glaube, das geht bei diesem Spiel gar nicht. Das ist irgendwo ein Sniper. Ja, nehmt das! Hat dich gewirkt. So, ist der Zuschauer auch weg. Hast ihn verkrault. Das dräng ich doch mal ein bisschen an. Ja, es tut mir leid. Ja, hat er mal getötet! Kill abgestaubt! Das ist ja leider keine Facecam. Aua, wo ist der? Achso, das waren zwei. Drei. Ja, ja. So, dann laden wir hier nochmal ein bisschen Munition ein. Ich mache mal ein bisschen sensibler. Oh, wie komme ich denn da hoch? Ich bin hier nicht in der Mitte. Schütze Schaf meldet sich zu Dienst. Oha, oh! Was? Was hat der denn da? Hier wieder. Achso, ach, das ist so eine Gauss-Gewerse. Ja, das ist das, was ich auch hatte. Achso! Das was halt die vielen Blitze ringsherum noch auslöst. Jawoll, letztes Jahr! Wo seid ihr, Penisköpfe? Oh, pass auf, da kommt gleich ein Revenant. Schieß auf ihn, schieß auf ihn. Mach ein bisschen Schaden. Oh, von hinten hast du beschossen. Oh, ich komme noch nicht mal... Alter, der haut mich so weg. Ich habe ja versucht, die Energie zu kriegen. Ich habe es nicht geschafft. Was war man hier? Eins zu neun, ja. Das ist erbärmlich. Hast du dich das Kackspiel? Jetzt. Oh, fünf. Oh. Jetzt. Nein, ich habe auch gerade F gedrückt. F***er Kackspiel. Läuft. Aber warum macht er das? Ich habe da vorhin wirklich... Er hätte sich darauf achten müssen, ich Idiot. Weil da stand, wie heißt denn das? Was muss man denn da machen? Alter, eins zu neun. Da stand aktualisiert. So, jetzt versuche ich mich mal mehr zu konzentrieren. Und dafür musst du kommentieren. Oha, das wird schwierig. Lasse, scheiße, schlecht, kacke, Müll. Ja, auf jeden Fall will ich das jetzt umgeketzeln. Neunmal den Gegner umgebracht und einmal nur gestorben, ja? Das Mindestziel. Ja, ja. Und hier auch mal einen auf Demon machen, ne? Das wäre auch mal ganz gut. Mach doch selber einen auf Demon. Machst du wenigstens mal ein paar Kills da? Oh, geil, ne Granate schießt der. Hm, 50 Schaden hast du damit angerichtet. Ja, ich habe auch getroffen aus Zufall. Wo sind die denn? Achso. Da drüben ist er. Oh, schon tot. Alter! Shane Gun. Ähm, Waffenset. Wo ist denn die Shane Gun? Da. So. Oha, oha. Kann sich das schon zum Drehen bringen und dann... Ahahaha. Ja, weil... Ich bin schon weggeklaut, ey. Stealer. Jetzt hol ihn runter da. Granate hätte ich zu schweißen können. Ah ja. Das ist viel in die Wand schießen. Alter, scheiß Scharfschütze dahinten, du scheiß Cheater, Camper, Müllkram. Ah, ist gleich da runter. TV hier so ein scheiß Streamer oder so. Taucht gleich auf. So, jetzt mal die hier. Ist das Einzelschuss? Ja. Dämonenruhne. Kommt... Ah, da rennt schon wieder so ein Penner hin. Oh, was war das denn? Da läuft er. Hinter dir ist einer. Ein Scharfschütze. Alter! Penisfalter. Ein Hit hätte er auch gebraucht. Ist immer so knapp. Das ist immer so knapp bei mir. Deswegen finde ich die Spiele eigentlich scheiße, wo man die Gegner so auch treffen muss. Aber ich reg mich hier auch immer auf, wenn ich mit One-Hit-Tot bin. So, Kollegas. Lauf weg! War ne Wand oder wat? Mhm. Boah, das war schon wieder so weiß, ey. Eins zu vier. Na, ich meine aber schon einen Kill. Ja, wie es aussieht, werde ich das alles von mir komplett rausnehmen und nun dein zeigen. Und ich werde dann... Mal gucken, vielleicht mache ich Sonntag nochmal eine Stunde streamen oder so. Mhm. Bei morgen werde ich wohl keine Zeit finden. Wer schießt, ja! Der ohne Besessenheit beendet. Ja! Ihr Loschen! Ich brauche Energie. Du brauchst Energie. Ach ja, stimmt. Ist nur mein Schild weggegangen. Hätte ich doch mein Schild einsammelt. Hallo Kumpel, ich renne bei dir mit. Ja. Ja, das Ding hier hat ja auch so ein Feuer-Ding oder was schießt das? Da muss ich mal versuchen. So, find er hier. Der Deathsport ist im Grunde gefallen. Ja, der hat Angst vor mir. Der wollte sich von dir nicht töten lassen. Ey, no, okay. Alter, der hat sich teleportiert, was... Nein, das war die Granate. Das war die Tesla-Granate. Vom Bösen. Ich brauche Energie. Das Energie. Aue! Wer war das? Du bist beschossen. Von hinten war das. Da war er gerade. Ja, da hinten. Aua! Scheiße, hab ich mich... Ich finde die Kombi gerade gar nicht so schlecht, aber ich möchte jetzt noch mal Kampfschrotflinte. Ach, hatte ich ja gerade, ne? Ich nehme doch noch mal die Kampfschrotflinte. Dämonenruhne taucht gleich auf. Mh. 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 Ja, 80, bitte. Dämonenruhne taucht gleich auf. Gebenerischer Barung gesporn. Ja, der war mir weit voraus. Führung verloren. Ja. Oh Mann! Unglaub, unglaublich, dreckiger F***. Naja. Führung übernommen. Alter! PENISFALTER! PENISFALTER! Weg hier! Schnell Rückzug! So, wo sind die denn? Ach so, es ist ein Dämon. Oh ja, Dämon. Oh ja, Dämon. Aua! Aua! Aaaaah! Der hat den Kopf aufgerissen. Ach, tatsächlich! Mh. Dämonenbesessenheit beendet. Gut. Nicht, dass sie wegen diesen Pennern gewinnen. So, Kollege, ich will bei dir mitlaufen, dann stellen wir beide gemeinsam. Ich glaube, wenn ich die rechte Maustaste drücke, die Sekundär-Dings, oder das ist, als würde ich diese Tesla-Granate werfen. Das war auch schon ein Blitzding, was irgendwie mehrere Energiedinger da irgendwo... Ne, ja gleich. Aua hinter mir! Ja, oder so. Na, ich will jetzt doch nochmal Oldschool versuchen. Vortex. Feuerstoß. Hinterhalt. Schweres. Scheiße. Ist ja sowieso jetzt vorbei. Mach mal so. Ach, zu spät. Oh, da oben ist. Noch ein Kill. Ist das schon mit dem Charakter, mit dem rumspielen und alles komisch? Schon gut. Klar. Ja. Ja, der war erst Unterstützung und der andere war fast down. Ja. Ja, wir wollen ja loschen! Dank meiner Hilfe. Ja. Oder wegen mir fast verloren. Kann man sehen, wie man will. Hm. Und der hat auch so einen Helm wie ich. Ich dachte, ich bin einzigartig. Wie der gesagt hat. Nenner Tanz. 4 zu 10! Siehste, es ist ein Wunder, wenn ich hier in Doom 5 Kind schaffte. Das ist erbärmlich, ne? Wie viele Assists hatte ich denn? Oh, nur 4. Dann kommen wir auf 8. 22 zu 11. 20 zu 10. Ja, man muss hier wirklich... Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, wie ich treffen kann. Also die Zielsicherheit ist natürlich noch nicht so gegeben. Aber viel in Doom hat es wirklich damit zu tun, dass man weiß, wie man sich verhalten soll. Dass man genau weiß, wie man sich verhalten soll, wenn auf einen geschossen wird. Oder wenn man auf einen schießt und welche Waffen. Und dass man daran denkt... Eigentlich muss man immer, sobald der Gegner 4 Meter weit weg ist oder sowas, immer sofort Nahkampf. Ja, immer Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf ohne Krampf. Team Deathmatch. Wack it, wack quitt. Hört sich an wie ein Cheater. Was wollte ich jetzt für ein Waffenset nehmen? 1, 4, 3, 2, 1... Ah, ich versuche ich damit. Denk daran, keine Überlebenden. So, ich mache jetzt mal schon hier rechte Maustaste, dass sich das Ding schon dreht. Dann bin ich flexibler. Erster Kind. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Oh. Scheiße! Ich konnte wieder nicht weglaufen, weil ich mich wieder verheddert hatte. Der Cheater, der... Was geht ab mit denen? Der spinnt doch. Ach so, ein anderer, der hat noch 100. Ja, weil hier... Manche sind hier voll clever. Die versuchen immer irgendwie, ähm... in der Entfernung zu bleiben, aber das passiert... geht gar nicht eigentlich. Nö. Weil ich dann sofort immer irgendwie einen von hinten oder von sonst wo habe. Jetzt renne ich hier alleine rum. Das ist noch bescheuerter. Ja. Leute, wo seid ihr? Perfekt. Ja. Schau mal schon mit deiner Granaten mit drauf. Oh. Ja, der war hinter... Ah, mit dem Minigun. Der kann doch gar nichts, ey. Wir benutzen so eine Scheißwaffe. Hihihihi. So, mein Ziel ist, ich muss so lange streamen, bis ich 5 Kills schaffe. Egal ob ich es abstaube oder nicht. Dämonenruhne aufgetaucht. Verbrünsbar und gespawnt. So kann ich hier kämpfen, hm? Bestimmt nicht. Hm. Oh, scheiße. Da rennen sie. Wo rennen die denn hin? Wo rennen die denn hin? Geht da unten noch lang? Oh, ist hier wieder, ähm... Schild gespawnt? Dann rech mal alleine hier lang. Hm. Achso. Da eben nicht. Wo ist der Penner hin? Wo ist der Penner hin? Wohin braucht Energie? Was sagt mir das denn keiner? Da schießt einer. Ja. Scheiße, die können mich immer nur kalt machen, wenn einer aus dem Hinterhalt kommt, die loschen. Was habe ich denn hier? Drei. Scheiße, das wird eng. Na, noch haben wir Zeit. Aber wir führen zum Glück. Hat jemand auf mich geschossen? Ich bin allein. Da ist einer. Ja! Ach so, ich habe die Granate geworfen. Scheiße, ich wollte eigentlich eine schrächte Maustaste. Scheiße. Ach, ich glaube, der hat dasselbe Blitzding wie ich gerade gemacht. Nee, hat die Granate geschossen. Jawoll! War das nicht mal 5 da? Was ist das hier? Hier war doch einer. Oh, wieder einer von der anderen Seite. Die können gar nichts, die Luschen, ey. Geht doch zu Hause, ihr alte Scheiße. Ähm, bleibe ich bei den Waffenzetteln? Nein, das lief zwar gerade ganz gut. Gut, ich nehme jetzt nochmal... Das. Dämonenruhne taucht gleich auf. So. Dämonenruhne aufgetaucht. Da bündet das Leiche gestorben. Ja. Alter, ich hab den in 24 abgezogen. Ich brauch Energie. Ja, ich wollte fliehen, aber die kommen von überall. Oh, das ist dramatisch, ey. Hilfe! Ja, also weglaufen kann man nicht vergessen, man muss sich im Kampf stellen, weil der Gegner kommt knallert hinterher. Da ist da eiskalt, der Gegner. Da muss man sich dem Kampf stellen. Es gibt hier kein Zurück. Was ist das da hinten? Ist das unser Revenant? Äh, unser Dämon. Hallo. Doch. Ein Kill. Dämonenbesessenheit beendet. Jawoll! Gewonnen, gewonnen, denn die Luschen könnt gar nichts. Geht doch zu Hause, ihr alte Scheiße. Die spinnen doch, die Römer. Letzter! Sechs! Ja, aber nur siebenmal tot, ne? Aber ich hab auch nur sechsmal sechs Kills dazu beigetragen. Ein Assist. Ja, da seid ihr auch nur 17. 18 zu 14. Ihr könnt doch alle gar nichts, ihr Luschen-Herausforderungen.